Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, dass es ein Unternehmen endlich an die Börse schafft, der vor allen Dingen auch was Sinnvolles für die Umwelt tut und vor allen Dingen sich darum kümmert, Plastik zu reduzieren bzw. zersetzen zu können. Und jetzt ist es endlich an den Start gekommen. Es handelt sich um Carbios. Sicherlich, es gibt das ein oder andere Unternehmen, was das auch schon vorher gemacht hat, aber Carbios ist meiner Meinung nach eines der interessantesten Unternehmen in diesen Bereichen. Und welche Zahlen uns bisher vorliegen, was das Unternehmen genau macht, vor allen Dingen auch, warum es so spannend ist in meinen Augen, das erfährst du in der heutigen Depotanalyse. Dementsprechend herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung, wie immer eine weitere spannende Aktienanalyse hier auf dem Kanal. Wer den Kanal noch nicht kennt, unbedingt mal reinschauen, auf Abonnieren drücken und gleich auf der Startseite vom Kanal findest du auch immer wieder interessante Aktientipps, wo wir uns die Top 3, beispielsweise Dividenden stärksten Aktien ansehen oder die besten deutschen Aktien oder die besten automobile Aktien. Also da wird es immer wieder neue Themen geben, die natürlich von euch vorgeschlagen werden. Auch Wasserstoffaktien hatten wir jetzt als letztes in der Sendung mit dabei. Und dementsprechend jetzt zurück zu Carbios. Erstmal, Carbios ist erst seit ein paar Tagen, Wochen wirklich hier an der Börse rausgekommen. Und das macht natürlich diese Aktie brandgefährlich. Also es ist wirklich auch ein bisschen was für Zocker, weil schlussendlich hat man hier noch einen unprofitablen Wert. Also sie machen noch keine Gewinne. Die sind aber wirklich an einer Situation mit dabei, beziehungsweise an einem Forschungsprojekt, was sehr vielversprechend ist. Wir sehen hier auch die momentane Kurve. Also da gab es auch eine mächtige Korrektur gerade. Vielleicht ja auch eine Einstiegsmöglichkeit an dieser Stelle. Wie gesagt, muss ich auch dazu sagen, keine Anlageempfehlung, keine Kauf- und Verkaufsempfehlung, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. Ich habe selber auch die Carbios-Aktie schon im Depot. Und deswegen kommen wir jetzt erstmal zu dem Unternehmensprofil. Wir haben jetzt im Endeffekt hier ein Unternehmen, das sich mit dem enzymatischen Prozess beschäftigt, Plastik abzubauen, beziehungsweise zu recyceln zu können. Das heißt, es geht hier um den biologischen Abbau. Es geht aber auch um Bio-Recycling. Das heißt, man hat hier verschiedene Enzyme entdeckt und auch getestet, die es tatsächlich effizient möglich machen, Plastikflaschen und generell auch Plastik zu zersetzen. Zugegebenerweise, hier ist schon der erste Haken, dass das Plastik trotzdem auch erhitzt werden muss. Also, soweit ich das gelesen habe, bis 65 Grad, dass da erstmal dieser Prozess auch stattfinden kann. Aber, und das ist eben auch das Schöne, man hat tatsächlich auch schon in Versuchen herausfinden können, dass es funktioniert. Also, dass sozusagen dieses Enzym erschaffen kann, circa 90 Prozent oder vielleicht auch in der Zukunft 100 Prozent von dem Plastik in die einzelnen Bestandteile zurückzusetzen oder eben zu zerlegen. Und dann natürlich auch den Recycling-Prozess, dass daraus neue Flaschen beispielsweise gemacht werden kann, sehr stark auch hier fördert. Und gerade auch in der heutigen Zeit, und das ist schon mal der vorweggenommene Pluspunkt, das ist gesunder Menschenverstand, wo ja wirklich viele, viele Leute auf Umwelt plädieren, auf mehr Umweltfreundlichkeit, auf Klimawandel und so weiter und so fort. Diese Themen sind ja da. Wenn man sich mal vorstellt, wie viele Millionen, Milliarden Tonnen Kunststoff, Plastik sozusagen in den Meeren ist, dann ist Carbios natürlich so ein Kandidat, wo man auch sagen könnte, für die Zukunft sollte man den Depot wert auf jeden Fall mit dabei haben. Interessant ist natürlich auch die Bioproduktion, auch das ist ein weiteres Standbein von Carbios. Das heißt, die haben nicht nur Bio-Recycling sich auf die Stirn geschrieben, sondern eben auch versuchen, sie die Kunststoffherstellung aus biologischen Quellen machbar zu machen, beispielsweise mit Milchsäuren. Und das ist natürlich auch ein absolut geniales Standbein, wo ich wieder sage, das ist die Zukunft. Natürlich, wenn man solche Sätze gehört hat, dann ging es eigentlich immer nach unten. Aber man muss da wirklich auch immer wieder einfach mal 10 Jahre, 20 Jahre in die Zukunft denken. Und da finde ich, hat Carbios wirklich eine interessante, ja, oder vielleicht auch, ja, vielleicht die ein oder andere Performance noch offen, wenn nämlich diese Idee wirklich auch marktreif ist. Und das muss man wirklich auch als Nachteil sehen. Momentan wird sehr viel Geld in die Forschung gesteckt. Das ist auch nicht profitabel. Das Unternehmen bis jetzt macht auch wirklich noch Millionen an Verluste. Aber es ist tatsächlich geplant, also spätestens in den nächsten 5 Jahren das Ganze marktreif zu machen. Und was natürlich auch wieder ein Riesenvorteil ist oder Pluspunkt, dass die auch schon Kooperationen haben mit Nestle oder eben auch mit L'Oreal, also mit den Big Playern, die sich natürlich genau für dieses Thema interessieren. Ich meine, das sind gewinnorientierte Unternehmen. Und wenn die Partnerschaften eingehen oder sich die anbahnen mit Carbios, dann ist das natürlich ein entscheidender Vorteil auch gegenüber anderen Konkurrenten, die sich vielleicht auch schon mit solchen Verfahren auseinandergesetzt haben. Und deswegen auch hier wieder ein interessanter Pluspunkt. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, die haben schon früh damit begonnen. Also die Historie, die reicht auch schon ein paar Jahre in der Vergangenheit zurück. Die haben auch einen Joint Venture haben sie beispielsweise gegründet. Das hieß Carbio Lease und haben dann dort eben mit dieser Partnerfirma, die hieß Novozymes 8, haben sie sozusagen zusammengearbeitet, auch geforscht, welches Enzym hat denn diese Fähigkeit, diese Superkraft kann man schon sagen, die moderne Superkraft, wenn es nach Greta geht, Plastik zu zersetzen. Und dann haben sie tatsächlich auch hier schon gute Fortschritte machen können. Und was das denn eigentlich auch bedeutet, wirklich, wenn man dieses Enzym marktreif machen kann, also wirklich auch kontrolliert und mega effizient auch hier zu dieser Zersetzung nutzen kann. Das wissen wir alle, es ist ein Milliardenmarkt. Wir haben so viel Kunststoff wie noch nie, was sich einfach über Jahrzehnte sonst zersetzen würde oder eben noch nicht mal verrottet ist ansatzweise, weil es eben so umweltschädlich ist oder weil es einfach auch dieses Material, weil man da noch nicht diese Formel, wo eben dieses Unternehmen daran arbeitet, gefunden hat, wie man es zu 100% zerlegen kann oder eben komplett wieder recyceln kann. Und das macht für mich Carbios als Unternehmen, als Grundidee sehr interessant. Natürlich muss man jetzt auch dazu sagen, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mein gesamtes Vermögen auf diese Karte zu setzen. Aber, und das finde ich immer wieder auch interessant, gerade auch bei Amazon hat man es jetzt wieder in den ganzen Medien von den ganzen Experten gehört, ja, das war doch eigentlich gesunder Menschenverstand, dass das gestiegen ist. Also das war ja eigentlich vollkommen klar. Und solche Sätze kann man eigentlich nicht hören. Sie sind abgelutscht, sie sind abgedroschen, da steckt nichts dahinter. Das sind alles nur Floskeln. Und ich sage mir jetzt diesmal bei Carbios, wie gesagt, jeder ist da für sich selbstverantwortlich und ich will da nicht irgendwie mitverantwortlich sein. Also wenn du das kaufst, wirklich nur auf eigene Gefahr. Das kann eben auch scheitern. Es kann die Nachricht rauskommen, das Enzym funktioniert nicht. Aber wenn es funktioniert, dann ist es eben auch so eine Aktie, wo man sich auch nachher wieder sagt, ja, da hätte man eigentlich wirklich alles eigentlich reinbuttern sollen. Ich meine, das war genau das, was in diesem Zeitgeist gut angekommen ist, weil es genau in den heutigen Zeiten eben um solche Themen geht, um Umwelt, um Kunststoff und Recycling, also unter anderem. Und das ist natürlich dann auch schon eben dieser Pluspunkt, wo ich mir sage, jetzt möchte ich am Anfang auch mit dabei sein, um dann später, wenn das Unternehmen dann auch profitabel arbeitet, dann natürlich auch zu den Gewinnern dazugehören. Wie gesagt, das ist eine Wette, wie mit allen Dingen hier auf oder an der Börse. Aber ich finde, wie gesagt, Carbios SA als Aktie grundsätzlich mal interessant. Dementsprechend, wenn du noch einen Online-Broker suchst, wo du Carbios oder eben auch andere Aktien für 0 Euro traden kannst, ab 500 Euro Order-Volumen, kannst du unbedingt mal die Infobox abchecken. Und wenn du auch noch andere Informationen hast über Carbios, gerne mal in die Kommentare. Das haben sich auch schon ein paar Wissenschaftler übrigens auch mit diesem Verfahren auseinandergesetzt und die sind auch zu dem Entschluss gekommen. Es ist eben nicht wie bei Wasserstoff beispielsweise ein ineffizienter Prozess, sondern es ist sehr, sehr effizient. Also es ist jetzt nicht so, dass man da so viel Energie benötigt, dass es sauteuer wird, sondern es ist wirklich schon effizient. Ein bisschen Verfeinerung ist noch nötig, um das wirklich marktreif zu bekommen. Und das finde ich eben auch nochmal wichtig, dass es nicht irgendwie so eine Fernab von allen Idee ist, wo man einfach schon sagt, ja, das ist zum Scheitern verurteilt, das kann gar nicht funktionieren. Und dementsprechend das auch nochmal zum abschließenden Fazit hier zu dieser Aktie. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr diese Aktie schon gekauft? Habt ihr vielleicht auch ein Pendant beziehungsweise noch einen anderen Favoriten, den ihr bevorzugt, den ihr vielleicht sogar besser findet? Ich freue mich auf die Diskussion und wie immer, als Lahnanreiz gibt es immer wieder regelmäßig einen 50-Euro-Amazon-Gutschein, an besonders aktive Zuschauer. Es würde mich also riesig freuen, wenn du ein Abo hinterlässt. Und schau dir unbedingt auch mal die Depot-Analysen der Superreichen an. Diese Serie hat mittlerweile auch schon gute 20 Sendungen und kommt sehr, sehr stark bei euch an, wo wir uns immer wieder auch die Superreichen oder sehr erfolgreichen Trader raussuchen. Von denen lernt man immer bekanntlich natürlich am meisten. Dementsprechend auch für neue Vorschläge bin ich offen. Welche Aktie sollen wir als nächstes analysieren? Schreib es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.